Herzlich Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Pikman 4. Im letzten Part haben wir erfolgreich Ozeen trainiert und haben uns ebenfalls einen Frostschutz Eigenschaft geholt. Heißt das wir der ganzen blöden Kälteresistenz sind. Gute Bedingungen um jetzt die Expedition fortzusetzen in diesem Part. Damit pressen wir auf. Los geht's. So und zwar bei sonnigen Anhöhen sind wir noch unterwegs. Da geht's hin. Let's go. Fällt es immer so cool wie das einen da einfach hinbeamt. So und so nicht mal weg. Das ist es Leute. Ich sag's weiß. Sonnige Anhöhen Fortschritt 9. Ah. Und auch mein Handy ist runtergefallen. Ich muss schnell mein Handy holen. Da war es doch mein Smartphone. So und während er es noch da ist. Praktisch. Dann werde ich mein Smartphone wieder geholt hab. Sind wir gelandet. Bitte komm. Bitte komm. Wie bereits besprochen ist Ozeen gewachsen. Also habe ich beschlossen mit ihm heute Springen zu üben. Aha. Ozeen sollte erst nur leichter fallen sich zu bewegen. Sogar wenn du mit Pikmin auf ihm reitest. Stell dich neben Ozeen Druck Y um aufzusteigen. Wenn du X druckst springt Ozeen. Er sollte für ihn kein Problem sein so auf kleine Anhöhen hinauf zu springen. Wenn du nach einem Sprung ist gedruckt hältst du mit Ozeen Kraft für einen Sprint. Kommen wir etwas mit einem Sprint um die Pikmin die sich auf dem Hunde Rücken befinden drauf zu schleudern. Aha. Der Springer ermöglicht dir die Erkundung weiterer Areale während Sprints die in Kämpfen von großer Nützlichkeit sein können. Mhm. Das probieren wir auch so jeden Fall mal aus. So. Aber erstmal holen wir uns unsere Pikmin. Machen wir erstmal hier von drei. Den Rest füllen wir mit den anderen auf. Und dann wisst ihr aber immer noch ein paar Backups und da kommen die alle raus. Erlöse meine Freunde. So. Jetzt wird es relativ schnell happig werden. Hab ich so ein Gefühl. Auch immer wenn wir ein eigenes hin müssen. Ich wollte einfach mal sagen dass wir hier rauf gehen und ich steige jetzt vor allem auch mal auf. Ui. Jetzt sind wir alle auf A10. Bei einer Analysefrage können wir diese nur zum Teil fertigstellte Konstruktion zu unserem Vorteil nutzen. Wenn wir Rohmaterial an der Beagle zu tun verarbeiten können wir ihn verwenden um die Konstruktion fertigzustellen. Rohmaterial hat dies jetzt nur einen Wert wenn man ihn auch nutzt. Lass die Pikmin und Otzin mit dem Bau beginnen sobald du die Konstruktion erreicht hast. Das klingt doch mal nach dem Plan. Da brauchen wir ja ein Pausenbauen. Komm, hauen wir noch ein paar mehr raus weil wir ein bisschen mehr bauen ums besser wird. Oder auch nichts weil uns das Rohmaterial ausgegangen ist. Okay, der ist sehr belastend. Also Rohmaterial fehlt. Dann müssen wir erstmal Rohmaterial finden. Müssen wir also erstmal die Pikmin hier rufen. Weil die kann man nämlich nicht alleine lassen. Äh, B war es, ne, zum rufen von denen. So, da gehen wir erstmal so die Pikmin zurück. Und wir müssen gleich mal nach Rohmaterial suchen. So, jetzt gehen wir doch einfach gleich mal aus. Echse druckt halten. So, jetzt gehen wir doch einfach gleich mal aus. Kreaturen sollte man immer guten Blick behalten, aber sobald sie sich bewegen, verliert man sie schnell mal aus den Augen. Es gibt allerdings einen einfachen Trick, wie du Kreaturen immer einen Blick behalten kannst. Wenn du das Set R drückst, also die untere Taste, um den Autofokus zu fixieren, kannst du dich ganz auf dein einzelnes Heel konzentrieren. Verstehe. Okay. Genau, das tun wir aber alles hinter wegtragen. Und den Rest, der Rest kommt wieder so mir. Supi. So, da oben sind noch Diamanten. Jawoll. Wenn wir noch so wieder am dümmsten jetzt hinkommen. Aber erstmal. Machen das mal ein paar Pikmin. Machen wir noch den zweiten. Das sieht nicht so gut aus. Aber da ist irgendwie Strom. Wenn ich da einen Pikmin hinwerfe. Direkt er. Ab mir ein bisschen fast gedacht. Und nein, das ist einmal Pikmin hat einen Stromschlag abbekommen. Wenn das mit Hilfe von B ist, dann rufst du, kommt es, dass da wieder so sie ist. Gut. Haben wir ein bisschen fast gedacht. Hier, wir müssen so einen Stromschlägen. Ähm. Bisschen ungünstig. Aber okay, jetzt ist das jetzt halt. Es fehlt jetzt immer noch Ruhmaterial. Aber ich glaube von der anderen Seite könnten wir nämlich wirklich irgendwie hinkommen. Nein. Wir kommen zurück, du Pikmin. Ah, da ist ja auch Ressis. Ich dachte, der Hund kann schwimmen. Ach, scheiße. Was denn kann der Swim? Ja, ja. Das Pikmin kann auch nicht schwimmen. Es hat sich gerallt. Äh, da hat mir Glück. So. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ein paar Pikmin verloren. Ein Pikmin ist noch irgendwo. Ich glaube, wir haben eins verloren. Wo ist denn das du, wo Pikmin ist? Wir sehen uns nachher irgendwie richtig dumm Pikmin suchen. So. Ähm. So. 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 Wir haben immer noch keine Rohmaterialien. Sehr belastend. Okay, wir brauchen irgendwie neue Materialien. Jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht hätten wir ja noch irgendwelche Rohmaterialien nicht verwenden können. Ansonsten müsste man wirklich zur Basis zurückkehren. Gut, hier können wir erst immer um alle Gegner, in dessen... Ich hab mal so ein Rohmaterial dran, kommen wir. Acht Stück bräuchten wir noch. Und wir gehen einfach mal hier runter. Et voilà, ich glaub sind wir über einen anderen Weg kennengekommen. Und das ist doch ganz sinnvoll. Weil hier wollte ich uns eigentlich auch hin. Passt da ganz gut, dementsprechend. So. Jawoll, weil hier ist nämlich immer ein super Rohmaterial. Und das wird's auch rankommen. Ist ja unglaublich. Und das soll ich das. Guck mal hier nicht. Aber bitte. Oh meinst du Liefst. Oh meinst du mehr. Oh meinst du jetzt? Oh meinst du mit dem... Und du bist. Oh meinst du nicht. Ich kann... Bist du mit dem... Oh meinst du... Oh meinst du mitst. Oh meinst du beist. Na, komm. Ja, jetzt zeige ich es erstmal auf. Bin ein bisschen von vollen aus größer. Ja, bis hier noch eins. Wartet irgendwie Spack, das hier gerade rum. Hä? Dann haben es doch auch alle hochgesaft. Das gibt es doch nicht. Wieso geht das eines dann nicht mehr hoch, Digga? Es ist halt es nicht. Oh, das triggert mich gerade, dass alle so Geräusche machen und ich die nicht so hoch bekomme. Jetzt hat er endlich es. Keine Ahnung, was hier gerade nicht geklappt hat. Gut. Ähm. Dann springen wir jetzt wieder rauf aufs Ort sehen. Und sehen mal so, wie das Ding verwurstelt wird. Gut. Dann machen wir es ja auch Mittag. Ich sehe es schon. Gut. Dann pick man das noch ab. Dann kommen wir jetzt erstmal hier drum. Ah, jetzt sind wir ja quasi noch auf der anderen Seite. Ja, das war kackt. Komm, ich will nicht rüber. So, dann gehen wir jetzt hier über den anderen Weg zurück, weil es dauert es auch noch ein bisschen, bis die anderen da sind. Gut, die müssen jetzt dann auch ein bisschen mehr umsauen. Vor allem auch, wenn die Bucke fertig ist. Das ist dann ja auch ein schnellerer Weg, um da hinzukommen. Krass, hier ist es so schön, dass wir das Ding schleppen können. Das ist auch eine harte Arbeit, ey. Das war mal die. Die anderen pick man her. So. Dann machst du mal ein paar Pikmin mehr. Die tragen noch das Ding. Das ist super. Dann holen wir mal die anderen Produktionsteile von da hinten ab, die da waren. Dann haben wir jetzt auch wieder etwas mehr, was man dann zum Fall verwenden kann. Du kannst gerne schneller gehen, aber irgendwie. Naja, es hat es eingesammelt. So, jetzt gibt es da gleich noch Glycer, natürlich kein Rohstoff, da war was. Aber Glycer ist auch gut. Ja, wir brauchen auch mal Rohstoffe. Ich glaube, da werden wir wohl zur Basis zurückkommen müssen. Wohl oder übel, weil hier, das ist ein Wasser, sehe ich nicht, wie die Pikmin das rausholen sollen. Aber da kann man aber hin. So, und so machen wir erstmal fünfste Kinder oder so. Machen das gar nicht easy. Das ist echt lustig. Wenn man die ganzen Aufgaben so an alle anderen delegieren kann, das macht Spaß. So, jetzt sehe ich es und ich will es bald Nacht. Ai, ai, ai. Wollte so ganz gerne, wenn wir es da an die Brücke fertig haben, irgendwie. Brauchen wir noch Rohstoffe. Was macht man da jetzt? Ah, ich kann mal vergessen. Team Rohstoffmaterial fehlt noch. Ich glaube, es hilft nichts. Ich muss nochmal kurz in die Höhle ranzuholen. Auch wenn es halt immer später wird. So, hoffentlich finden wir da jetzt die Rohstoffe, die wir ja auch finden sollten. Ein bisschen belastend, wenn nämlich so wäre. Gut, die Sachsducks sollen das Ding mal hochtragen. Und das ist ein guter Tag jetzt dann für uns nachher nach oben. Wollte ich nochmal sagen, ob es hier nicht noch irgendwo irgendwas an Rohstoffen oder Ähnliches gibt. Wenn es in irgendeiner Form hilf was sein könnte, da weiß ich wie Fürste. Dass das hier leider nicht so sehr danach aussieht. Warten wir mal ab, was das Ding ist. So, jetzt mal wieder mehr, genau. Zerium, das ist doch super. So, nee, dann gehen wir hier mal wieder raus und gehen nach oben. Und ich denke mal, dass wir auch tatsächlich erst im nächsten Part das dann finden werden, dort erst die Brücke fertig bauen können. Aber mal sehen. So, jetzt geht's für uns erstmal nach oben. Man muss ja nicht immer Leute retten, der weiß hier gerade stand. Aber es hat die komplette Forst, okay. Also diese eine Tube da hat noch diese 15% ausgemacht, die gefehlt haben. Aber die haben wir jetzt und das ist ja die Hauptsache. So sieht's denn jetzt auch aus. Das ist es. Ja, genau. Man könnte das Ganze auch im Co-Op-Modus spielen. Der Co-Op-Modus ist ein bisschen lame. Das ist so das Problem daran. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle besser mal. So. Gut, wir müssen noch die U-Bus für den Blick haben, aber ich seh's dann. Wir können da gerade wirklich nicht saumässig viel machen. Gut, wir können natürlich noch dieses blöde Färter, Nilfärter töten, aber wird noch 7 Rohmaterialdinger. Jetzt glaube ich gleich erstmal zurück, aber wir machen noch hier alles platt. Und dann gehen, was wir platt machen können. Und da will ich einfach wirklich alles holen. Wir sauen nochmal. Vielleicht kommen wir doch noch irgendwie in einer Gegend dran, weil oben ist auch noch Rohmaterial. Aber da seh ich mich halt nicht, weil irgendwie so ein Zaun ist. Und da drüber. Ich will jetzt auch nicht mutwillig irgendwer das Pigment zerstören, das ist ja. Wir können jetzt natürlich einfach mal ein bisschen weiter sauen, weil man... Ah! Das sieht man an! Und da ist mal alle ganz fleißig, das Zeugs hier. Super, deshalb ist kaum noch Pigment. Aber da ist vielleicht wieder alles brav hergeliefert. Das wäre ja genau das, was wir gesucht haben. Dann bekommen wir die Brücke sogar heute in dem Park noch fertig gebaut. Das ist doch super. Wenn man muss immer so... Ist auch ein bisschen so... Sinnvoll ich denke, man muss immer großes Ziel haben und dann auch so ein Minischiel, die man zum Beispiel vordernacht zaffen muss. Eins davon ist das hier. Und das wird zwar ein bisschen knapp. Ah, dann komm mal hin. So. Während die die ganzen Dinger jetzt einfach mal einschlachten, auf ist nach vorn, rufe ich die restlichen Pigment. Und dann ist das Ding still fertigbauen. So. Und die Kümmer ist nämlich drum. Und dann ist die Brücke in dem bisschen Glas fertig. Hoffe es. Gut, ganz den Rest. Rufe ich dann gleich her. Jawohl, und da ist sie, die Brücke. Aha, da baut er Turnziegelbrücke ist abgeschlossen. Jetzt kommst du problemlos auf die andere Seite. Geh doch mal gleich rüber, du wirst beeindruckt sein. Ja, lieber nicht jetzt, aber wir uns jetzt ein bisschen beeilen müssen, weil der Tag bald vorbei ist. Kommt her, Pigment. Und da sind auch meine anderen beiden. Ähm, subi. So, ähm. Ich glaube, wir bleiben einfach hier. Weißen wir, es ist ja. Hier kommen wir es hin. Ja, super. Und dann zu der gebauten Brücke fahren wir dann im nächsten Part. Das ist der Plan. Jo, jetzt warten wir eigentlich nur noch ein bisschen Nacht am Riss, ne, weil viel mehr kann man ja eigentlich nicht machen. Läuft, läuft, läuft. Kommt heran. So muss das. Oh, und da ist eine Riesenpflanze. Boah. Mit so einem Senateil. Das ist ja geistig krank. Die werden wir auf jeden Fall auch im nächsten Part dann aus Phyllis anzuholen. So, und jetzt ist die Nacht gekommen. Und mit dem Countdown sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bitte ein Part. Macht's gut, bitte ein Part. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.